Meine Eltern sind auf Asienreise, in China und in Japan. Statt Mallorca, damit zeigen sie ihre Weltoffenheit. Und meine Schwester und ich haben vier Wochen Ruhe. Du hast wohl keine Lust mehr, dich zu unterhalten. Aua! Bleibst du auch über dich? Ja, klar. Du hast mir vorhin schon aufgefallen. Ich war in der Theke gewissen, aber ich boge mich. Du gefällst mir. Danke. Dann bist du also ein intensiver Beobachter. Ja, das kann man nur sagen. Was denkst du jetzt gerade? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Habst du einen Kaffee? Sehr gerne. Das kann ich dir nicht sagen. Untertitelung des ZDF, 2020